So, hallo und herzlich willkommen. Wir spielen gegen Bayern. Der Sieg ist sowas von Pflicht. Das glaubst du ja gar nicht. Nein, das fängt sich schon wieder gut an. Oh nein, so ein Pass. Das darf doch alles nicht mehr wahr sein. Ich spiele auch nicht gut. Ich spiele nicht gut. Sie müssen sich gut genug. Und 4 Punkte nach 4 Spielen. Das ist eine Katastrophe, wie man mir gesagt hat. Weg mit. Meine Fresse. Bale, bitte. Kommt von Ronaldo immerhin mit dem Kopfballgewinnen. Der fehlt natürlich jetzt. Der steht im Weg. Jetzt erst mal hoch raus. Der kommt nicht dran. Egal. Alles erst mal draußen. Das habe ich anders gesehen. Aber ich bin zufrieden damit. Und zurück geht's. Shit. Shit, 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 shit. Gut. Doch nicht dahin. Um Himmels Gottes Willen. Das war auch einer. Bale ist schon wieder so ein Mist. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Bitte, Kassiers. Danke. Benzema. Ich brauche da einen anderen Mann vorne. Der ist ja nicht schlecht. Aber das ist nicht meine Spielweise. Ich glaube, ich muss mir da irgendwas überlegen. Isco oder so reinsetzen. Aber im Pokalspiel, wo man es aussolühen kann. Weil schlecht ist er ja nicht, wenn es immer eben doch nicht ganz das, was ich suche. Oh, der Benötiger da vorne. Schön gespielt. Und ich lasse mir viel zu leicht den Ball abnehmen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Er läuft falsch. Er hat einfach die falschen Laufwege. Dankeschön. Nämlich. Na ja, klar, natürlich. Grauenhaft gespielt. Dankeschön. Jetzt müsste ich mal Porto sein, bitte. Der hat mich auch 3-1 gewonnen. Zumindest ist es hier ein Spiel. Wenn die Folge rauskommt, ist es schon das Rückspiel. Okay, Wesen. Also, wir sind ein Spiel. Spielt auch zu Hause. Meine Ideen sind gut, aber es klappt nicht. Immerhin, der muss sich mal strecken. Das ist jetzt ein Spiel, da hätte ich Minimum eine Unentschieden holen müssen. Kann alles nicht mehr wahr sein. Den muss er halten eigentlich. Nun ja. Und jetzt mal hat er ihn. Komm, Pepe. Gut gemacht. Jetzt kommt er langsam unter Bedrängnis, weil er Fehler macht. Na, schlecht. Schlecht. Oh, 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 da bin ich durch. Also, gelb eigentlich, ne? Ja. Kein Notbrinchen, um Gottes Willen, aber so. So, schauen wir mal. Boah, war knapp. Gut gemacht, gut gemacht, gut gemacht. Schön gespielt. Und jetzt auf geht's, Ronaldo. Komm, Pepe. Komm, Ronaldo, Benzema. Fuck it. Komm, Ronaldo. Schade. Na, einer hat's geschafft. Das ist in Ordnung. Da bin ich besser. Dieses Mal. Gutes Schick. Das ist einfach keine Zweikampffähigkeit, gar keine Gescheite. Das ist so ne Dribbling. Das liegt echt nicht. Zweikampf ist ja okay, ja. Dribbling. Brau. Wauerhaft. Komm, Bale. Superschön. Ganz unten steht Fonaldo. nicht gut da braucht nur einen momentan Dreck blöder Dreck gut gemacht das war wiederum schlecht oh mein Gott und Casillas wieder ohne Reaktion was soll der Ball denn hingehen ins lange Eck oder was und lebendig wir müssen erst den Kuls einfach kommen blöd gelaufen ach komm Casillas hält echt nix gar nix und ich muss da stehen bleiben dann passt er hin nach oben und dann bin ich am Arsch er steht einfach falsch von der Position kann er ihn nicht halten aber er steht falsch ich habe nur noch 5 Spieler und 4 Punkte klar ich kann mir das vorstellen ich absteige bin ich noch nie aber Gottes Willen ist ja grauenhaft hat er gut gemacht ich werde jetzt einfach mal das Risiko eingehen und für Benzema Isco bringen und Isco hinter Rodriguez denn der ist ein bisschen ein bisschen Abschluss und mit der kleinen Pause habe ich ihn noch ein bisschen verwirrt und mich selbst aber auch das heißt darum ging es nicht nein 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 einfach nur nein gut gemacht schön gemacht und abseits Peepee du hast dich auch schon mal deutlich besser geschlagen als momentan das ist alles nicht gut kannst du mir erzählen was du willst die stehen nicht gut und machen nicht gut und Torhüter ist absolute grauenhafte Schwäche hier in der Mitte Ronaldo oder nein das ist Ramos Ramos Mann den soll das auch du schaffen oh je ok dann haben wir eine kleine Pause noch dazwischen Zeit um Schluck zu trinken ich muss sagen er ist ja nicht schlecht aber er spielt insgesamt Schwäche nur nicht mehr er ist so hinten selbst wenn ich jetzt nein es ist einfach zu wenig gegen den gegen den gegen den es ist zu wenig es ist es ja schauen wir bis jetzt erst mal drin Lama und Lewandowski raus ok Lonzo rein unter anderem und Dante nun ja es ist einfach so dass mein gesamter Abwehr nicht so agiert und Stellungsspielmäßig das ist halt das Wichtigste wir spielen nicht so wie ich das erwarte und es macht es mir wirklich schwer was soll das Bale ich drücke schon längst nach rechts wieder zurück was soll ich mir machen keiner läuft in die Lücken rein keiner läuft in die Lücken rein zumindest sehe ich keinen ich bin blind mittlerweile und es läuft wirklich keiner in die Lücken dass er da in den Knoten zogen hat oder er war tatsächlich mal nur wirklich ich mache das gut momentan dafür mit gerade mal drei Stück und er macht es auch gut kann ja nicht wahr sein das darf nicht passieren bitte Casillas danke Casillas wieder wieder es muss schneller gehen es muss schneller gehen aber das sind die kleinen Probleme die großen sind die Abwehr vom Stellungsspiel einfach nicht gut leider habe ich keine Zeit also muss ich die Kassette spielen Ronaldo das war auch schon mal besser es war auch schon mal besser komm yes yes es ist so verdient ich werde es weiter versuchen natürlich klar also jetzt nach hinten reinstellen das ist ein Hitz wenn ich jetzt das hier ärgere ich mich natürlich aber eigentlich sind drei Punkte hier das was ich brauche jetzt volle Defensive endlich hat man einen neuen richtigen Fehler gemacht jetzt Yes Yes Geil Ja, das hebt meine Laune Deutlich Und das, wenn man mitten in der Nacht ist 2 Uhr ungefähr Und morgen geht es um mich nach Nürnberg Um 7 schon Heißt du nicht, letztes Spiel war das Und damit Wünsche ich noch Gut gemacht Von Pippe Einen schönen Abend, einen schönen Tag, was noch immer Endlichen Sieg Das war jetzt echt wichtig Ciao